Nach vorne! Auf die Flanke! Los! Schwarzschoppen! Zurück! Schlaft! Ja, Freunde, und damit gute Nacht und gleichermaßen Hallöchen und willkommen im Hort der Draktür. Lange haben wir geschlafen, aber jetzt ist Grisou in voller Pracht aufgestanden. Erwacht, Draktür! Ihr seht nur Erinnerungsfetzen vor euch, während ihr aus eurem schier endlosen Schlaf erwacht. Der Draktür vor euch reagiert nicht, so als wäre er durch eine unbekannte Macht festgefroren. Ihr spürt, dass ihr die Macht besitzt, euren Verbündeten zu befreien. Möglicherweise gibt es noch andere im Hort, die in solch einer Stasis gefangen sind. Es liegt euch, ihn zu wecken. Oder sie sollte ich wirklich alle retten wollen. Naja, was man halt so macht nach am Aufstehen, oder? Geht los! Aquaknarre Flügelkameraden, was ein wunderschönes Wort, oder? Ja, moin, Leute. Wir haben den Ersten gerettet und der ist genauso verwirrt wie wir selber. Durch die Vermächtnisse, Trailer und die Beta wissen wir natürlich, was hier los ist und werden zu gegebener Zeit auch nochmal drüber quatschen. Erstmal haben wir hier aber noch so eine ganz unauffällige Rune an der Wand, Edikt Obsidianwächter. Die Aufgabe dieses Werns ist die Verteidigung der Verbündeten des Schwarzen Drachenschwarms und der Schutz ihrer Festungen. Ob er nun zur Verstärkung der drakonischen Legionen ausgesandt wird oder zum Schutz des Himmels an der Seite von Drachen, dieser Wern ist die Verkörperung der Ägis des Erdwächters. Derzeit dem Befehl von Schuppenkommandant Azuratell unterstellt, werden die Wächter darauf gedrillt, das unüberwindbare Bollwerk zu sein, an dem das feindliche Herz zerbricht. Nice, wir sind Supersoldaten, geschaffen von Neltarion dem Erdwächter, später bekannt als Todesschwinge, aber auch Supersoldaten müssen mal bubun und sich natürlich möglichst spezialisieren. Sonst wird es ein riesiges Chaos geben, davon sind wir ja zum Glück sehr weit entfernt. Die Stase kommt von den blauen Drachen von Maligors, um genau zu sein, und seine Wächter Die Drache befreien sich, haltet sie in Schach! sind natürlich auch noch immer hier am Start. Die wissen genauso wenig, was los ist wie wir, aber deren Aufgabe war es, uns zu bewachen, uns zu konservieren, vielleicht hier und da diese Zauber zu erneuern. Wir sehen, die sind nach all den Jahren noch stark genug, um mich hier auch zurückzustoßen, und dementsprechend werden die jetzt alles tun, um uns hier in Schach zu halten. Während wir weitere Freunde befreien. Yeah! Ich erinnere mich, einen Befehl befolgt zu haben. Ja, es wäre bestimmt so ein deutscher Beamtenbefehl, ne? Schlaf! Zehntausend Jahre! Oh nein, nicht schon wieder! Na, mein Freund! Oh, ja, wir können nicht alle retten, ne? Kleinstein setzt Steinhagel ein. Das ist nicht so gut gelaufen, aber hier drüben sollen wir noch jemanden finden. Hm, der hat zumindest ein schönes Lagerfeuer, der hat's schön warm. Also seine Überresse, ja, dem geht's auch nicht so gut. Kralle Ketan! Diese Gebeine sind durch den langen Verfall brüchig geworden. Wie lange sind sie schon hier? Jahrzehnte, Jahrhunderte, unmöglich zu sagen. Ein schwacher Hauch der Arkan-Magie, die Ketan im Stase spannte, verbleibt. Ihr fühlt den Schmerz eines Verlustes. Er war euer Freund. Der war quasi wirklich gerade am Bubun, als er in Stase versetzt wurde, und dann ist ja auch noch so eine Säule auf ihn gekracht. Also, schlimmer geht immer, wie man so schön sagt, ja. Neltarion, unser Papa, hat uns ja eingesperrt. Einfach so, wir wissen nicht warum. Ja, weder wir als Direkteur, noch wir als Spieler können uns da so richtig hundertprozentig sicher sein. Und da drüben erwarten uns vielleicht ein paar Antworten mehr. Ja, denn weder von Neltarion, noch von Malygos ist hier irgendwas zu sehen. Und so richtig erinnern tun wir uns ja auch an nichts. Dann ist ja alles kaputt. Wir nicht wissen, was die Kollegen für Hunger haben, Leute. Um Gottes Willen. Wie lange waren wir in Stasis? Sehr lange. So wie unser Hort aussieht. Ja, gut. So sieht es bei mir zu Hause auch aus, wenn Dragonflight released ist. Da wäre ich jetzt mit dem ganzen Spinnenhaufen Bett, Junge. Um Gottes Willen. Da wäre ich jetzt nicht so voreilig, was die Zeit angeht. Einmal der Atem. Bam. Moin. Mein Kopf. Also, machen wir uns an die Arbeit. Aber wir sehen, Elite-Soldaten nicht umsonst. Ruckzuck stehen sie hier wieder auf. Der eine hat zwar noch ein bisschen Kopfschmerzen da hinten. Der hat auch eine Säule auf den Kopf bekommen. Aber wir müssen natürlich in der Vorde. Wir müssen rein. Das ist ja völlig klar. Bevor wir reingehen, checke ich aber nochmal die Sound-Einstellungen. Okay, der Sound-Drache sagt, das haut schon hin. Wir sind der Schild der Draktür. Erwach, Draktür. Azuratel hört sich euren Bericht an. Meine Erinnerungen sind genauso zerrüttet wie die euren, Grisou. Aber dafür bleibt jetzt keine Zeit. Wir müssen die Situation einschätzen und einen Plan schmieden. Ich weiß einfach nicht mal mehr, dass ich Feuerwehrmann werden wollte. Das Schicksal ist grausam, Leute. Die Draktür werden in dieser Welt ihren Platz finden. Aufrüsten. Gegner sind eingedrungen. Unsere Leute werden in einer magischen Stasis gehalten und unser Hort scheint zusammenzubrechen. Deshalb trainieren wir Grisou. Im Zweifelsfall greift auf das zurück, was ihr wisst. Aber das Wichtigste zuerst. Waffen, Rüstungen, Vorräte. Sammelt, was ihr finden könnt und rüstet euch aus, während ich unsere Streitkräfte zusammenrufe. Dann werden wir den Erdwächter ausfindig machen. Neltarion kann uns sicherlich die Antworten auf unsere Fragen geben. Klare Himmel und starke Winde. Arkanwächter. Die Konstrukte, welche durch den Hort patrouillieren, werden nicht durch die Magie des Erdwächters animiert. Der Vischians Blick verfinstert sich, verdüstert sich sogar. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Wir können keine Feinde in unseren Reihen dulden. Vernichtet sie und räumt uns den Weg nach vorne frei. Rüstet euch. Dann treffen wir uns mit dem Erdwächter. Jau. Neltarion kann erklären, was passiert ist. Da bin ich sicher. Ja. Vielleicht auch nicht. Leute, ihr solltet euch da nicht zu sehr drauf einschwören, ne? Dass Neltarion sich freut, uns zu sehen. Oder generell... Wenn sie nicht schlafen, dann müssen sie sterben. ...irgendwas sehen kann. Hallo? Was ist denn das für eine Einstellung, Mann? Das ist einfach so ein durchgedrehter Doktor in so einem Schlaflabor, weißt du? Wie, sie schlafen doch nicht. Wir wollen doch aber Daten von ihrem Schlaf haben. Dann müssen sie weg. Jawohl. Erstmal lösen wir hier dieses heftige Arcan-Secret, Leute. Bam. Da sind die Rätsel aus Zelda natürlichen Scheißdreck gegen. Haha. Habe ich ja trainiert. Mit good old Botwe. Schöne Zeiten. Und dann haben wir hier so einen Zauberstab. Den kann ich mitnehmen. Und da kann ich ein bisschen Bonusschaden verursachen. Außerdem hängt hier noch so ein weiteres Edikt. Und, ganz wichtig, Leute, wir haben ja mittlerweile so ein Suchfeld in Option. Heißt, da kann ich jetzt noch schneller Schnellplündern aktivieren. Sehr, sehr geile Nummer. Der Erdwächter, meine Draktür, wisset, dass ihr auf meinen Geheiß existiert. Durch unerbittliches Training werdet ihr zu den edelsten Soldaten Azeroths geschmiedet. Ich, Neltarion der Erdwächter, ermächtigt durch den Titanen Karsgorod, um als Wächter der Tiefen zu dienen, habe euch als Werkzeug meines Willens erschaffen. Auch wenn andere Drachen robust und loyal sind, fehlt es ihnen an der Klugheit und Anpassungsfähigkeit, die sie in einem Krieg brauchen werden, der uns gegen jene bevorsteht, die der Herrschaft der Aspekte trotzen. Ihr werdet die Macht aller fünf Drachenschwärme verkörpern. Erfüllt vom Potenzial der sterblichen Völker, die begonnen haben, sich auf unserer Welt auszubreiten. Euer Dienst soll euren Ruhm mehren. Haltet Stand. Gebt niemals auf. Am Ende wurde das einfach so ein Motivationsposter. Never surrender. Schweiß ist nur die Träne deines Fettes. Und sie muss den Körper verlassen. So diese Geschichten. Was euch nicht umbringt, macht euch nur stärker, meine Draktür. Bam! Darum gibt es jetzt auch die Eiskralle. Jawohl. Und wir haben schon ganz gut mitbekommen, warum wir als Draktür auch noch immer sehr militant unterwegs sind. Denn was sollen wir als erstes holen? Waffen, Rüstungen und dann gucken wir mal wegen den Vorräten. Gar kein Problem. Außerdem hatte ich doch schon ja meinen Atem bekommen. Junge, momentan ist ja auch Pre-Event und so aktiv. Das sieht bei Weltbossen und Eventbossen momentan so aus, als wären da die Glücksbärchis auf Crack unterwegs. Von allen Seiten diese Laser hier. Dann auch mit entsprechenden Talenten ermächtigt. Wenn man denn dran denkt, dass man Talente hat. Ich habe gestern auch noch ein bisschen den Event-Dungeon hier Olderman gespammt, Junge. Ha! Oder hatte ich ganz oft Heil dabei. Die haben einfach nichts geskillt. Die haben zwar dann auch nicht auf unsere Aussagen im Chat reagiert. So maybe waren die auch einfach besoffen und denen war generell nicht zu helfen. Aber ja, immer schön. So neue Klasse, neue Rasse, alles hemmungslos überfordert. So die ganze Welt von Warcraft. Keiner weiß genau wohin mit sich, ey. Einfach nur schön. Ja, mit den Direkteuren sich bin ich auch noch immer nicht so hundertprozentig richtig warm geworden. Aber warm genug. Ja, mittlerweile auch mit den Talenten hatten doch recht angenehmen Flow. Wird nach wie vor nicht meine allerliebste Lieblingsklasse werden. Aber für einen schönen Twing und ein bisschen frische Luft hier reicht das mal, oder? Eine frische Luft können wir gut gebrauchen nach dem ganzen Chaos hier. Wir haben noch mehr Steine, ne? Da sind die Dunkelkrallen. Und hier hing ja sogar auch noch einer. Die Werns. Junge, da wusste ich auch ewig nicht, wie ich das aussprechen soll. Werns. Edikt. Werns. Alle Drecktüren werden einem Werns zugewiesen, der ihren Fähigkeiten entspricht. Jeder Wern konzentriert sich darauf, einen bestimmten Aspekt der Kriegsführung zu meistern. Angreifer, Verteidiger, Heiler, Taktiker und Infiltratoren. Zusammen bilden diese Einheiten die ultimative Armee. Also Neltarion hat sich das gut durchdacht, was er hier zaubert. Nicht so wie der Sohnemann. Liegt ja in der Familie, wenn wir an Nefarian denken. Junge, da zucken nicht nur die Classic-Spieler zusammen, ne? Jeder Wern wird unter dem Befehl eines Schuppenkommandanten stehen, eines vom Erdwächter persönlich auserwählten und auf seine Position vorbereiteten Draktür. Mitglieder eines Werns werden sich so nahe stehen wie Brutkameraden. Es sind Bande geschmiedet aus Ehre und Pflichtgefühl im Dienste der Drachen, die niemals gebrochen werden. Oh, da steht sogar nie niemals, Junge. Weiß ich nicht, ob das so sein soll. Aber nie niemals klingt natürlich noch ein bisschen heftiger, ne? Imagine, du schwingst so eine total heftige Rede über die Ehre deines Drachenvolkes und über die Sicherheit, die ihr anderen gebt und dass ihr nie aufgeben wollt und am Ende schreist du einfach mit so einer piepsigen Stimme so Mickey-Maus-mäßig. Haha, nie, niemals. Junge. Todesschweger auf. Frosch im Hals am Ende und alle so, ey, ja, warte, was, nie, die Ritter von nie. Ja, kann auch sein. Dunkelkrallen. Wo die Feinde des Erdwächters schreiten, werden die Dunkelkrallen ihren Himmel heim suchen, ihren Willen brechen und ihre Anführer stürzen. Mauern und Grenzen sollen unseren Feinden keinen Schutz bieten. Für jede Kralle in unseren Reihen sollen zehn von unseren Feinden aus dem Hinterhalt niedergestreckt werden. Die Savern, der aktuell unter der Führung von Schuppenkommandantin Glutresch steht, soll zu der Eliteeinheit ausgebildet werden, die von allen Feinden des Schwarzen Drachenschwarms gefürchtet wird. Nice. Du siehst sie nicht kommen. Die Assassin's Creed Spieler unter den Draktür. Ich dachte gerade, der greift mein Kumpel da an. Aber der ist einfach nur AFK gegangen, während die Höhle einstürzt. Junge, das ist mutig. Hast du den nicht gesehen? Da hinten in seinem Bett mit der Säule auf dem Kopf. Freunde, verrückt. Aber generell, ey, Pre-Patch wieder alles einfach frisch und wahnsinnig. Draktürendich in der Live-Version, Mann. Das ist immer so ein geiles Feeling. Hat so viel Spaß gemacht, auch die Tage im Stream zu eskalieren. So viel positiver Hype. Ja, dazu diese ganzen Drop-Geschichten. Einfach so viel los. Da ist man zwar als Creator auch häufig mehr Kunden-Supporter als alles andere, weil Leute irgendwas wirklich geschissen bekommen, obwohl es auf der offiziellen Seite steht. Aber so ein bisschen kann man das ja immer nachvollziehen. Zumindest in gewissen Grenzen. Ist ja auch das erste Mal für viele WoW-Spieler. Jetzt mit Drops und Twitch und Live. Das ist ja auch hemmungslose Überforderung. Da will man nochmal auf Nummer sicher gehen. Aber das ist nicht bei jedem so. Manche sind einfach faule Schweine und lesen dann lieber irgendwelche Fansites mit News von letztem Jahr. Ja, anstatt einfach auf die fucking offizielle Seite zu gehen. Mann, Blizzard hat das so schön aufbereitet dieses Jahr. Mit Zeitstrahlen und richtig schön mit Bildchen und so. Ey, ich war ja begeistert. Es gab wirklich Zeiten. Da musste man sich den ganzen Bums selber zusammensuchen. Hat natürlich auch kaum einer gemacht. Aber jetzt machen die das offiziell. Junge. Und trotzdem kommen Leute rein und sagen Ey, wie sieht denn das aus? Und ich denke mir, Bruder, hast du diese Sektion gesehen mit häufig gestellten Fragen? Rate mal, welche Fragen da dabei sein könnten. Sind es A, deine oder B, meine? Ja, aber auf einmal das Quiz-Taxi, ne? Sind hier noch mehr von diesen Edikten? Ich glaube, nein. Aber gehört eben dazu. Na, und ich streame ja aus guten Gründen immer so drei bis vier Stunden. Diesmal waren es halt über acht. Und da merkt man dann auch wieder, ne? Dass man langsam dem Wahnsinn anheimfällt. Dass man dann die alten Götter flüstern hört. Und auch kurz davor, es den Todesschwinkel zu machen, ne? Holla, holla. Also da ziehe ich meinen Hut vor allen, die wirklich täglich ihre acht Stunden oder vielleicht sogar mehr mit ein paar Überstunden im Kundensupport irgendwie bei der Telekom oder bei Vodafone oder so sitzen. Leute, keine Ahnung, warum ihr noch keine Tentakel im Gesicht habt. Echt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Verrottete Rationen. Der Konservierungszauber auf diesen Speisen hat vor Jahren versagt. Wo durch das Essen zu Staub zaffiel euch auch gleich. Eben habe ich noch gelacht über den Kollegen da hinten. Vielleicht liest er auch nur. Kiste mit Traktürrüstungen und Kiste mit Stäben und Mana-Kristallen. Sehr schön. Die malen wir klein und dann mischen wir uns erstmal ein Energydrink draus, Allah. Fangen wir an. Diese Konstrukte werden durch die Magie des blauen Drachenschwamms belebt. Der Erdwächter hätte das nie zugelassen. Bleibt standhaft. Aber wir sehen... Wie lautet euer Bericht? Alles sollte anders kommen. Was ist denn das da drüben eigentlich? Das sah jetzt aus wie ein Portal, aber das sind einfach diese noch aktiven Schutzzauber. Wenn euer Gedächtnis euch im Stich lässt, dann greift auf unser Training zurück. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Hauptes. Ja, und was, wenn ich das auch vergessen habe, Bruder? Was mache ich dann? Diese Ausrüstung ist uralt und das Essen zu Staub zerfallen. Das ergibt keinen Sinn. Diese Rationen hätten eigentlich ein Leben lang halten sollen. Naja, wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Hauen wir ein bisschen Tzatziki drauf und dann wird das schon, oder? Bleibt eurem Wärm treu. Ein Stab. Was haben wir hier eigentlich? Pyretikum-Körnchen. Der schwache Nachhall vom Wesen des Elementarfeuers. Aha. Ja, nehm ich halt mit, ne? Was kostet die Welt? In den Kessel. Eure Fertigkeiten werden gebraucht, Rufer. Der Hort zerfällt und wir sind knapp an Vorräten. Wir müssen den Durchgang nach draußen erreichen, aber zuerst müssen wir diese Arcane Barriere überwinden. In der Kammer dahinter befinden sich Trakteur, welche Hilfe benötigen. Versorgt ihre Wunden. Vernichtet jegliche Gegner, die sich euch in den Weg stellen. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam durch diese Hallen gehen, Grisou. Macht etwas daraus. Klare Himmel und starke Winde. Glutdrasch! Könnt ihr die Barriere einreißen? Suri! Genau die Verstärkung, die ich brauche. Habt ihr den Erdwächter gefunden? Nein. Er ist nicht in dieser Kammer. Aber dort ist... Ein anderer Drache. Kommt, treue Diener von Maligos. Zeigt diesen Missgeburten keine Gnade. Hallo? Na, das wird lustig. Warum jetzt der Flame, Bruder? Was für Missgeburt. Ist das so eine Art und Weise hier? Wir sind gerade aufgestanden, okay? Sehr unangenehm. Okay, wir können runterflattern. Und dann sollte ich unsere Freunde heilen, die jetzt hier verkloppt wurden. Nur ein Bruchstöcke. Ein Kampf gegen einen mächtigen Gegner. Wir siegten, glaube ich. Doch wir haben es teuer bezahlt. Wir finden die Antworten. Aber erst müssen unsere Leute hier weg. Es soll geschehen. Durch Flügel oder Kralle. Yeah, oder beides. Ich liebe übrigens die Mechanik von dieser lebenden Flamme. Ist ja so ein bisschen wie die Sühne zum Beispiel vom Diszi, ne? Dass du sowohl heilen kannst damit, als auch gleichermaßen Schaden machen. Und allein deswegen wird der Drakteurheiler nie was für mich sein. Weil ich bin ja so ein Meister des Fettfingerns und des Durchteppens. Und... Junge, auf einmal stehe ich oben im Schaden und freue mich. Gruppe ist aber tot und dann fällt mir wieder ein... Ach ja, ich war ja Heiler. Was macht er hier? Na? Wir heilen gemeinsam, Kollege. Wir sind die Super-Drakteur. Und er ist direkt wieder eingeschlafen, ja? So ein bisschen am Dösen, weißt du? Das, was wir eben am besten können. Erinnert euch an euer Training. Ja, hatte das auch was mit Schlafenzeit zu tun? Oder ich bin einfach der Meisterschläfer. Der geheime Wern, weißt du? Muss ja auch dann so eine Truppe geben, die sich einfach ausruht. Für alle anderen mit. Dieser Drache wird unseren einzigen Weg hinaus versperren. Lord, ihn mach ich kaputt. Respekt will verdient sein. Ihr habt unsere Leute geheilt. Gut gemacht. Nun müssen wir uns um den Drachen kümmern. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Hauptes. Ein Umhang. Der Drache auf der Schwelle. Dieser blaue Drache wird den Hort zum Einsturz bringen und uns hier einsperren. Er behauptet, auf Malygos Befehl hin zu handeln. Dieser Name ist mir vertraut, doch warum sollte ein Drache uns zu Gefangenen machen wollen? Hört mir gut zu, Grisou. Wir wurden ausgebildet, um an der Seite der Drachen zu kämpfen. Nicht gegen sie. Doch uns bleibt keine Wahl. Tun wir, was wir tun müssen, Rufer. Alles für Verbündete. Wir wurden trainiert, Drachen zu verteidigen, nicht sie zu bekämpfen. Das ist falsch. Lapisagos hat uns keine Wahl gelassen, Suri. Er will uns vernichten. Heute kämpfen wir füreinander. Für alle Drakteur. Wahrlich treffende Worte. Ja, und nicht zuletzt wegen dieser eingetrichterten Einstellung fiel es ja auch so schwer, im Vermächtnisse-Trailer zu glauben, dass Neltarion einfach gerichtet wurde, es keine andere Möglichkeit gab, ne? Wurde ja sogar nochmal nachgefragt. Habt ihr ihn provoziert oder wie ist es dazu gekommen? Völlig... Ich habe ganze Zeitalter lang missgeboten, wie euch bewahrt. Oh. Völlig unerklärlich. Eure Zeit ist abgelaufen. Auf der einen Seite natürlich deswegen, auf der anderen... Geht, der Hort stürzt ein! Da ist unser Daddy, unser Schöpfer, der große Meister und dann sowas. Hey. Unsere Übungsplätze sind vollständig überwuchert. Wir müssen sehr, sehr lange in Stasis gewesen sein. Fancy. Konzentriert euch, Kodeti. Feinde könnten uns auflauern. Wacknet euch für alles, was da kommen mag. Können wir nicht erstmal innehalten und den Moment genießen? Guckt mal, endlich frische Luft. Zwar gegen allerhand Regeln und Vorsätze verstoßen, aber hey, Freiheit, läuft bei uns. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Wir räumen den Schutt und das Geröll beiseite und stellen sicher, dass kein Trakteur zurückbleibt. Doch zuerst müssen wir das Gebiet sichern. Zurück zum Training. Und das... Ihr habt eure Befehle. ...werden wir dann wohl beim nächsten Mal angehen. Ein neuer Schmuck. Ehre? Maligos, ja, hat auf die Bitte von Todesschwinge hin das Ganze hier versiegelt. Wächter zurückgelassen. Vielleicht hat er die dann sogar nochmal ein bisschen verstärkt, als dann Todesschwinge immer wahnsinniger wurde. Ich glaube, da haben wir gar nicht so direkt die Info zu, ob die jetzt direkt mit der Stase dann da waren oder vielleicht ein bisschen später. Ob er dann immer weiter, ne, immer mehr noch hier hingeschickt hat oder all das auch vergessen wurde im allgemeinen Wahnsinn. Der dann ja auch Maligos befiel, ne. Dieser ganze Verrat und die Drachenseele, wo dann ja auch seine Syndragosa, ne. Die Frau von Maligos, wenn man so will, schwer getroffen wurde und in Nordend einsam verendete. Dann sogar von Arthas reanimiert wurde, ne. Jetzt haben wir diese eigentlich super Liebe und wunderschöne Drachin als einen Boss in der Eiskornzitadelle vom Hass verzerrt. Ja, und all das hat Maligos ja so kaputt gemacht, dass er letztendlich auch ein Boss war in Vodka, ja. Und nur noch von uns beseitigt werden konnte, weil eben nichts mehr von ihm übrig war, was hätte gerettet werden können. Also alles ganz, ganz fürchterlich und wir Direkteur wissen auch noch gar nichts davon. Wir denken, hey, wir haben irgendwas verpasst hier und alle werden uns bestimmt willkommen heißen. Aber dabei ist von allen gar keiner mehr da. Sehr unheimliche Vorstellung, Freunde. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut, haut rein und tschau's.